Jo Leute, MEGSTAR hier und heute spielen wir nochmal Star Wars Battlefront und zwar ja, heute bei Star Wars Battlefront werden wir mal wieder den Multiplayer spielen. Warten kurz schnell, alles klar, es nimmt auf, gut dann gehen wir mal in den Server rein, alle Modi auflisten, ok, wollen wir eine eigene, vielleicht können wir auch ein privates Spiel, da kann man private Spiele wählen, ok, ich würde mal sagen, Helden Modi, nehmen wir doch mal Helden Modi. Ja, ja, ich mache eigentlich, mir geht es heute ganz gut, ich hoffe euch auch, so, ja, so will ich heißen, ja, gut, wir treten schon bei, so, ich hoffe, die Verbindung ist heute gut, weil manchmal geht es nicht, weil heute regnet es heute draussen und man weiss, wie es kann Störungen bekommen, äh, ich finde, ich trete doch mal bei, ähm, so, dann können wir auch wieder ein bisschen anmachen, da starten, so, es geht schon los und natürlich haben wir da, glaub ich, nicht so, wir sind die Rebellen, ja, wir sind die Rebellen, oh, da ist Dark, Dark Way da, Achtung, das wird jetzt schon gefährlich, da haben wir ja nicht so viel Leben, Scheisse, okay, Helden besiegt, Sharken Gewinner das Spiel, also, ähm, wir haben verloren, also, die Rebellen haben verloren, warte, geht es noch weiter, oh, ah, das ist, wie weit ich gekommen bin, äh, das überspringe ich doch mal, warte mal, kann ich da auch jemand anders sein, Nein, äh, machen wir doch das Gleiche doch noch mal, trete ich noch mal bei, so, Spiel starten, da können wir nicht sein, ich, ich, ja, nehmen wir doch diesen da, warte auf Helden, ah, da oben steht auch, glaube ich, auch noch, wie lange, das ist noch Dauer, also, Darth Vader ist gefährlich, und dieser da auch, der, wo ich immer so cool fand, bei den Imperium, so, es geht, glaube ich, los, cool, wir haben ein Lichtschwert, cool, oh, mein Gott, das ist geil, cool, ich bin jetzt unter so einem, Teil, da bin ich gesichert, oh, wer schiesst auf mich, oh, 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 der, jetzt, der ist mit uns, oh, komm hoch, wow, der kann auch schön hoch springen, ich gehe auf diesen da, oh, nein, scheiße, nein, nein, komm, steh auf, ja, bravo, jetzt bin ich, jetzt habe ich kein Lichtschwert hier, nein, ich glaube, es sind heute so wenig Spiele, warte auf das nächste, auf die nächste Runde, du startest als Rebellensoldat, okay, gut, ich werde mich rächen, an diesem grünen und an diesem da, und an diesem wo da, der da, wo da Blitzschläge macht, ich weiß es auch nicht mehr, ähm, gut, es geht weiter, wir haben eben nicht mehr so viel Leben wie im, gut, mit dieser Waffe können wir eigentlich auch weit schießen, ok, alles klar, ja, komm, da ist ein Gegner, ja, jetzt werde ich mich rächen an ihm, nein, ich wollte mich, ich wollte mich nicht einmischen, ja, was, du musstest dich nicht einmischen, ich bin eine Rebelle, oder wird, ich finde er immer so lustig, wie er gesprochen hat, also, ich werde mich auf jeden Fall an diesem Mensch, äh, Mensch, ja, gut, 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 nein, was, was, oh mein Gott, Junge, das kann, ich glaube, die sind immer noch mit Fechten, mit diesen herumfliegenden Typen, ohoh, scheiße, okay, ähm, heute will ich eben euch den Multiplayer ein bisschen zeigen, also ihr seht man hat da nicht so viel leben wie vorhin weg oh nein dieser herumfliegende typ dort oben ja wir haben gewonnen man ja ich möchte gerne das spiel beenden da ich möchte nämlich jetzt auf spiel modi 40 mal gehen so zwar gehen wir jetzt mal das spiel 40 ich hoffe es hat leute drinnen wir warten jetzt einfach ein bisschen so es geht schon los gut es hat spieler drin und treten wir mal bei ja überspringen ja so jetzt sind wir wieder da in der wüste wisst ihr noch gestern waren wir ja auch da gut wir haben jemand abgeknallt das ist schon mal gut gut und äh oh abwink deaktiviert wir müssen ihn reaktivieren ja es wir haben ihn oh oh Achtung wir haben eine Abwinkstation aktiviert für Gegendriff bereit machen Achtung da oben liegt ein Gegner und hier ist ein Gegner da oben liegt ein Gegner Plötzlich da Panik. Ich so, was? Okay. Ähm. Wir müssen... Oh oh. Nein! Ach. Ja, ich weiss nicht, dass so... Es sollte... Es sollte heute... Vielleicht, ich weiss nicht, ob es heute noch so lange gestern geht. Oh, das ist gut. Nicht... Oh, das ist sehr gut. Ja, gut. Machen wir das so, nachladen. Gut. Ah. Ohohoho. Schöp. Boom. Weg. Gut, machen wir da... Nein. Ups. Es wäre jetzt nicht so gut. Okay. Ich konzentriere mich lieber noch auf die Gegner, die ich da habe. Ja, gut. Gut. Jetzt muss ich da... Wo sind die Gegner? Und da. Nein. Das finde ich nicht gut gemacht, dass man da so wenig Leben hat. Ich finde, das hätte man besser... Ähm... Verbessern können. Vielleicht ist es auch so realistisch. Vielleicht. Oh. Oh. Okay. Wo sind dann die Gegner? Wir schießen mal da. Ja. Wir müssen da... Uh. gut. Nichts passiert. Gehen wir vielleicht ein bisschen näher. Wir können ja so... Oh. Nein. Ups. Das war... Da musste ich jetzt nicht decken. Also der Sinn ist eigentlich heute nicht, dass ich da möglichst viel gewinne. Einfach, dass ich euch so den Multiplayer und so zeige. Ich mache jetzt noch diese Runde, wenn ich jetzt sterbe, dann beende ich, weil... Ich wollte irgendwas... Warte. Guter. Guter. Gut. Es ist nicht schlecht da drin. Wow. Ha. Jetzt ist er geplatzt. Ja, gut. Gut. Ja, okay. Oh, oh. Scheisse. Gut. Was war das? Ah, gut. Wieder Leben aufgefühlt. Nein. So. Das war es auch schon für den Multiplayer da. Ich weiß nicht. Heute spreche ich eigentlich nicht so viel, habe ich das Gefühl. Oder ist es, weil ich da so fest konzentriert war? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, ähm. Machen wir... Gehen wir mal raus aus dem Multiplayer. Machen wir mal... Mission Abonniere eigentlich auch schon gemacht. Was ist denn Tutorial? Tutorial... Also, Schaltefieber. Ähm, nein, keine... Nein, das möchte ich lieber nicht. Warte, was haben wir bei der Schlacht noch nicht gemacht. Wir haben eigentlich schon alles. Machen wir mal überleben. Überleben auf Endtor. Ähm, ich möchte mal da, ja. Machen wir mal normal, weil ich war da noch nie, glaube ich. Also, in diesem Wald vielleicht schon. Aber, ähm. Ich habe das beim Überleben noch nie gespielt. Deswegen spielen wir das jetzt gerade. So, das... Aha, da oben starten. Überspringen, ja. Finde ich gut, dass man das eigentlich kann. Ihr Sabotagerakt war erfolgreich. Allerdings rückt der Feind jetzt zu ihrer Position vor. Wir kommen, um sie zu evakuieren. Aber sie müssen bis zu unserer Ankunft raushagen. Möge die Macht mit ihnen sein. Okay. Da rein können wir nicht. Wir müssen eine gute Deckung haben. Vielleicht ein Gebüsch. Oh! 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 Ui! Das war... Achso, das war die erste Welle da. Heute zeige ich euch mal da. Die Welle da bei dieser... In diesem Wald da. Ey, das wäre eigentlich eine gute Position. Da oben finde ich eine gute Idee, Leute. Ey, das ist echt... Das ist geil, Leute. Das ist nicht schlecht da oben, würde ich mal sagen. Ha! Ich habe lieber dieses Gewehr, als das von vorhin. Oh oh! Der sieht gefährlich aus. Oh! Wer schießt die? Wer schießt? Uah! Weg! Gut. Ich bleibe da in Position. Das ist gut. Ich habe eine Versorgungskapsel für sie abgeworfen. Die erste Kappel ist gelandet. Rück zu ihr vor und sichert sie. Okay. Da kommen sie, schaut wieder. Oh, bereit machen für die nächste Welle. Okay. Ich habe eine Reale Suchtruide in der Neue. Oh! Oh oh! Ein Suchtruide. Oh! Ein Suchtruide. Wir haben eine Reale Suchtruide in der Neue. Oh oh! Wo ist die? Ach! Weg da! Weg! Ui! Das sieht gefährlich aus. Suchtruide. Wo ist dieser Scheiss Suchtruide? Oh! Ich habe ihn glaube ich gefunden. Straubel ist doch... Wo ist jetzt dort? Okay Leute. Wenn ich da sterbe, dann wende ich diese Folge. Oh oh! Nein! Oh! Da oben ist er! Oh! Scheiße! Oh! So! Oh! Da haben wir... Ja! Gut! Ich mache mich schon mal... Start! Start! Klar! So! Das ist eine gute Position Leute! Ihre rechte Welle ist eingetroffen. So! So! Jetzt müssen wir nur schauen! Ich überlege mir gerade ein... Geil! Okay! Ja! Ich habe heute auch... Oh! Ui! Gut, dass ich... Weg! Weg! Oh! Au! Scheisse! Ui! So! Welle 4 gemeistert! So! Da haben wir... Schon mal eine gute... Da haben wir schon eine gute Base zum Dableiben! Ist schon mal gut! Gut! Oh! 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 Ich sehe ihn, glaube ich! Oh! Wo ist der? Ui! Scheisse! Ich frage mich nur wo der ist! Oh! 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 Jetzt... Ich frage mich nur wo dieser mit dem grünen Schuss da ist! Der ist... Oh! Da! Da unten war er! Oh! Da hat es noch einen zweiten! Gut! Gegner! Das letzte Mal beim Livestream! Erinnert ihr euch sicher noch? Wo ich einmal... Bei Star Wars Battlefront... Haben wir doch da... Auch unser Leben mal gemacht! Beim Livestream! Und dort habe ich... Verloren! Da war so ein komisches Tier da! LTSD gewartet! Ups! Ich sehe es! So! Gut! Ich habe zwei von diesen! Ui! Oh! Die muss ich auf jeden Fall wegschaffen! Oh! Das ist nicht gut! So! Uh! So! Ui! Nein! Achtung! Aufladen! Auffüllen! Ah! Ich habe ihn dann! Gut! So! Wir haben es! Ja! Ups! Uhhh! Ich weiss nicht, ob es gerade gut ist. Oh. Oh. Was kommt jetzt da? Ach. Ups. Ich weiss nicht, ob das sehr geschickt ist. Nein. Nein. Ja, komm schon. Was meint ihr, Leute? Schaffen wir es? In die Beine, in die Beine. Haha. Ja, gut. Ups. Ah, da unten. Schön, danke. Ich habe da unten, ich kann da unten einfach so, einfach da so was abschiessen. Hä? Hä? Jetzt geht es aber nicht mehr so gut, ne? Haha. Okay. Okay. Ja, komm, wenn... Ist das Ding da fertig? Ich würde zu gern das Gesicht des Imperators sehen. Oha. Oh mein Gott, Leute. Habt ihr das gesehen? Okay. Das war der Hammer, Leute. Oho. Wir haben das versiegt. Dieses Monster. Oho. 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 Schnell hoch. Ui. Ja. 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 Nein. Ups. Jage. Oho. Wer greift mich da schon? Ohh. Nein. 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 кого ich bin, Herr Lange tut mir? Ja, komm! Ja! Ja! Ja, komm! Ich werde dich machen für die nächste Welle, okay? So. Okay, ich probiere es mal auf Risiko. Weil ich habe da nicht immer Lust, wenn so viele Gegner auf einmal auf mich loskommen. Da die ganze Zeit... Ups! Was? Gut. Gut. Ups! Nein! Nein! Komm schon! Nein! Ja, ich weiß, ich war auf volles Risiko. Ich konnte euch leider nicht alle Wellen zeigen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Oder wenn ihr einen Wunsch habt, in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss!